Delta, Charlie, Delta, Lima Hotel. Wir stehen hier auf der Bahn 27 in Berlin-Tempelhof, auf dem schönsten Flughafen der Welt. Und wir alle haben eine Träne im Auge. Und wir alle wissen warum. Und Sie wissen auch warum. Für Berlin geht eine Ära zu Ende. Der Flughafen Tempelhof wird heute geschlossen. Für das Land war er zuletzt ein Verlustbringer. Die Passagierzahlen gingen immer weiter zurück. Ein Volksentscheid für den Weiterbetrieb war gescheitert. Dennoch fällt vielen Berlinern der Abschied schwer. Auf Wiedersehen. Delta, Charlie, Delta, die Uhrzeit auf Wiedersehen. Ja, willkommen an unserem wilden Caddy. Der hat uns aber gute Dienste leistet. So, wir fahren mal zuerst dann zum Schießplatz. Also der Flughafen oder diese Freifläche, nicht der Flughafen selber, aber diese Freifläche in Berlin wird im nächsten Jahr 100 Jahre alt und wurde quasi auch Zeit ihres Lebens von Schafen beweidet, auch noch bis weit in die 90er Jahre hinein, als die Amerikaner hier noch federführend waren. Und die Schafbeweidung wurde dann erst eingestellt, als die deutsche Flugsicherung das Gelände und den Flugbetrieb übernommen hat. Wir haben es in 2019, haben wir an die alte Tradition angeknüpft und haben die Schafbeweidung wieder begonnen. Stehen also in einer nahezu 100-jährigen Tradition, kann man sagen. Und freuen uns sehr, dass es vor dem 100. Geburtstag wieder angelaufen ist und wir zum 100. quasi mit Schafen vor Ort sind. Das ist auf dem kleinen Foto an dem alten VW-Bus ist das der Schäfer, der von 1975 bis 1985 auf dem Gelände war. Der hat hier eine tausendköpfige Schafherde und hat im Auftrag der Amerikaner dieses Gelände gepflegt. Wie man auf dem zweiten etwas größeren Foto sieht, da ist eine Tochter zu sehen, die auch lustige Geschichte, ihre Jugend hier auf dem Feld verbracht hat. Die hat hier in einem Bauwagen gewohnt im Bereich der alten Gärtnerei und hat quasi ihren Alltag hier verbracht nach der Schule. Und man kann auf dem Bild sehen, es sind nur wenige Meter bis zur eigentlichen Startbahn. Man sieht die Schafherde und man sieht ein startendes amerikanisches Flugzeug. Also man sieht, es hat funktioniert und offensichtlich hat sich keiner von beiden aneinander gestört. Und von daher ist es eigentlich nur folgerichtig, dass wir jetzt zumindest in Teilbereichen wieder die Pflege mit Schafen vollziehen und das nicht maschinell machen. Wir wollen heute hier Schafe scheren. Dazu werden wir nachher mit Maschinen und allen möglichen Equipment hier heranfahren. Und dann werden wir hier mal die Schafe zusammenpferchen und scheren. Aber jetzt werfen wir erstmal einen Blick ins Gelände. Das ist der alte Schießstand quasi. Man kann noch so ein bisschen Einrichtungen sehen. Alte Gebäude, wo die dann wahrscheinlich drin gehockt haben und Richtung dieses Erdballs geschossen haben. Da kann man dann auch schon erkennen, dass es ein steiles Gelände ist, wild bewachsen, wobei die Schafe schon ganze Arbeit geleistet haben. Da sieht man, was sie nicht fressen, trampeln sie runter. Das ist auch gut. Dann können die Heime und alles, was runtergetrampelt ist, von den Bodenorganismen verwertet werden. Also von daher ist es insgesamt eine sehr optimale Sache, es so zu pflegen. Das können wir uns ja mal kurz angucken, ob man eine Idee bekommt. Aber man kann, wenn man mal die Hänge hochguckt, sehen, warum die Schafe das besser können als wir. Und wie gut sie es schon gepflegt haben. Ja, man ist quasi mittendrin statt nur dabei. Also wir sind ja ziemlich zentral auf dem Tempelhofer Feld. Und ich glaube, es gibt nicht so viele Städte auf der Welt, wo es innerstädtische Schafherde gibt, die zur Flächenpflege eingesetzt wird. Das macht es schon sehr einzigartig. Und ich kann sagen, für mich und vermutlich auch für die meisten Kollegen aus meiner Abteilung, dass wir so eher berufende Menschen sind. Also Schäfer wird man ähnlich wie Arzt nicht einfach, weil man denkt, das ist ein netter Job, sondern da muss man eine gewisse Hingabe für haben, denke ich. Und das zeichnet uns halt aus. Und wenn man dann das kombiniert, also ich kann meiner großen Leidenschaft frönen und das dann auch noch wenige Kilometer von meinem Wohnort entfernen. Als Berliner in Berlin, also mehr geht quasi nicht. So, da sind wir schon. Wir haben hier zwei Altböcke stehen und wir haben drei potenzielle Zuchtböcke des nächsten Jahres hier, die nicht kastriert sind und die wir jetzt erstmal groß werden lassen. Da kommen sie auch schon mal gucken aus dem Unterscheid. Normalerweise ist es so, dass wir unsere Bockläme immer kastrieren, weil wir eigentlich alle Fresser brauchen für die Projekte. Weil die sollen ja über Gras fressen und wir haben quasi eigentlich immer zu wenig Schafe. Und deswegen sind wir hinterher, dass wir fast alle Schafe quasi in den Dienst, in den aktiven Fressdienst stellen hier bei uns vor Ort. Wir und die Schafe sind quasi städtische Angestellte, nicht direkt. Wir sind assoziiert, wir sind jetzt nicht direkt im öffentlichen Dienst tätig, aber natürlich ist es schon irgendwie so semi-öffentlicher Dienst. Und eigentlich gehören die Schafe ja auch quasi allen Berliner ein Stück weit, weil sie über Steuermittel finanziert sind. Wir betreiben vor allen Dingen Landschaftspflege und alle anderen Aspekte der Schafhaltung sind quasi Nebenprodukte. Also wir heißen, die Wolle, die auf den Schafen ja wächst, ist auch ein Nebenprodukt, mit dem wir uns aber eine gewisse Mühe machen, weil wir es nicht wegschmeißen möchten. Einen Teil lassen wir zu hochwertiger Bekleidung verarbeiten und der größte Teil geht in die Produktion von Wollpellets, die dann wiederum Eingang finden in den Boden als Bodenhilfsstoff, in Gemüsepflanzungen oder so. Und Fleisch im eigentlichen Sinne produzieren wir ja nicht. Klar, es gibt immer mal Schlachttiere, das ist keine Frage, aber das ist nicht das Hauptaugenmerk. Die gibt es, aber es ist verschwindend gering. Schafe sind ja Fluchttiere, das heißt, die schlafen nicht so wie ihr. Wenn ihr dann mal eingeschlafen seid, schlaft ihr richtig fest. Und wenn ihr Glück habt, dann habt ihr wunderbare Träume beim Schlafen. Genau, die nicht, die sind immer in so einem, das ist quasi mehr so ein Dämmerschlaf. So wie wenn man sich mal kurz hinlegt, man ist immer noch wach und hört alles und kann auch immer schnell mal ein Auge aufmachen. So schlafen die. Das hat natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, auch einen Effekt auf das mögliche Alter, was man erreichen kann. Wenn man niemals richtig tief schläft, dann wird man auch keine 100 Jahre alt, sondern dann wird man im besten Fall 20 Jahre alt. Könnte man also im Umkehrschluss sagen, ein Schaf, was 20 Jahre alt ist, ist fast so alt wie ein 85-jähriger Mensch. Was macht das mit dir jetzt, wenn du jetzt hierher fährst? Das ist ein merkwürdiges Gefühl, weil ich es ja auch noch als Flughafen kenne. Zwar nicht als Fluggast direkt von Tempelhofer geflogen bin ich nie, aber es ist schon irgendwie ein irres Gefühl. Wir fahren jetzt über eine ehemalige Stadt am Landebahn eines Flughafens, das macht mir ja auch nicht dauernd. Ja, die Feldlöche ist ja quasi der heimliche Wappenvogel des Tempelhofer Feldes. Wir haben hier zumindest im Berliner Stadtgebiet die größte Feldlöchenpopulation. Roundabout 240 Brutpaare, was schon ziemlich viel ist. Also die Feldlöche brauchen natürlich auch Freiflächen als Start- und Landebahn, quasi wie eine Art Mini-Flughafen in der grünen Fläche. Und das Ziel der Schafbeweidung ist, dass genau das passiert. Es sollen Strukturen entstehen, wo die Feldlöche Start- und Landeplätze bekommt und trotzdem Deckung hat. Und das ist die Aufgabe der Schafhaltung. Und das schaffen die Schafe relativ gut, weil sie eben mosaikartig fressen. Also da, wo es lecker ist, fressen sie intensiver. Da entstehen dann diese Bereiche, wo der Aufwuchs sehr gering ist, niedrig gehalten wird. Und dann gibt es Bereiche, wo sie nicht so gerne fressen. Da wird der Aufwuchs dann überständig und hoch und bietet den Feldlöchen Deckung. Und von daher ist das konzeptionell gut gedacht so. Und es ist unsere Aufgabe mit den Schafen eben diese Eigenschaften der Fläche herzustellen. Ein weibliches Lamm. 61 Kilo. Echt nicht anders. Verrückt, ey. Und sie hört auf die Nummer. Zeig mal, zeig mal. Ich muss denken an eines meiner Lieblingsschafe. Und das Gute in dem Fall, Tatsache, wo ich über drei Generationen die Zuordnung treffen kann, wer ihre Töchter sind. Sogar ihre Mutter kann ich zuordnen. Das heißt, ich kann sogar vier Generationen zuordnen. Und eben auch eher scheu ist, aber trotzdem so prägnant heraussticht aus der Masse, dass man es erkennt. Und die Kopfform ist es bei ihr. Sie hat eine sehr eigentümliche Kopfform, immer mit so Hornstummeln. Und die vererbt sie sehr zuverlässig. Und wenn man dann so eine Schafherde über Jahre begleitet, dann ist es einfach so. Und wir sprechen dann über Familien. Wir haben dann ganz viele Schaffamilien in unserer Schafherde. Und die kennt man dann auch ziemlich sicher alle. Also andere Jungs werden als Teenager Piloten und Astronauten und dergleichen. Und ich wollte immer Bauer werden. Als ich im Westteil der Stadt groß geworden bin, da war das relativ schwierig, Bauer zu werden. Ich bin erst mal Kfz-Mechaniker geworden. Als dann die Vorzeichen günstiger waren, will sagen, nach der Wende 1989 sich dann das entwickelte, dass Berlin und Brandenburg zusammenwuchsen, taten sich auch in der Frage neue Möglichkeiten auf. Dann habe ich einfach nochmal Landwirt gelernt, richtig. Und bin dann nochmal ein paar Jahre später zum Schäfermeister geworden. Und als der bin ich jetzt heute hier tätig. Ich bin quasi dieser Passion gefolgt. Bin auch sehr zufrieden damit, weil ich nehme das nicht mit ins Grab, diesen Gedanken, ich hätte das machen sollen. Sondern ich habe das halt gegen viele Widerstände dann doch irgendwie umgesetzt. Und bin mit dem Ergebnis heute natürlich umso glücklicher. Schafe überall. Schafe in ganz Berlin. Am besten auf jeder freien Fläche sollte es Schafe geben. Und möglichst immer im Zusammenhang mit uns, der Grün Berlin, als entsprechendem Schafbetrieb. Das wäre so das, was ich mir wünschen würde für die Zukunft der Abteilung und fürs Unternehmen. Und für die Berliner, weil es einfach gut wäre, wenn noch mehr Grünflächen mit Schafen gepflegt werden. Und für uns wäre es auch gut, weil wir eine Perspektive für die Kollegen bieten könnten langfristig. Wenn wir möglichst viele Flächen mit Schafen beweiden. Delta Silber und Delta I Magazin. Ich stehe auf der schönsten Freifläche Berlins. Und wir wissen alle warum. Delta Silber und Delta I Magazin. Auf Wiedersehen.